So Leute, herzlich willkommen zum neuen Video bei Ultra Fireworks. Wir nähern uns langsam dem Ende zu. Hier Flying Sparks, das ist eine schicke Batterie eigentlich mit Fisch-Effekt. Also die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, 53 Schuss hat das schicke Teil. XXL-Fächer-Kombination voll weg. Ja, also von Weco. Wir gucken uns mal an, was das Teil kann. Komm mal da hoch. Schlecht, ja. Mach runter. So, ein mittelfreiges Bart. Auch 29.50. Was sehen wir es dir so? Fische, Fische. Ohne Ende. Ja! Fische! Yo, was geht denn jetzt da bei? Das ist wirklich drückt, ey. Das ist wirklich drückt, ey. Das ist wirklich drückt, ey.